Und da sind wir wieder zurück bei Final Fantasy 5 Pixel Remaster. Schön, dass ihr wieder da seid, immer noch da seid. Oder wie auch immer ihr jetzt da dazu gestoßen seid. Immer noch in der Pyramide. Die will einfach nicht enden. Und... Hier müssen wir aufpassen. Und natürlich schön den falschen Weg gegangen. Denn... Wir hätten nämlich den linken Weg gehen müssen, um weiterzukommen. Auf der Seite, auf der ich nämlich gerade war, gab es nämlich eine kleine Rutschpartie. Ui. Oh shit. Ne, runter hier. Okay. Der ist safe. Der hier. Ich muss nämlich nochmal eben schnell überprüfen. Oh nein, nicht die schon wieder. Weg, 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 weg. Oder haut sie zu schnell kaputt. Beides in Ordnung. Ach, natürlich. Ah, die Olle castet nämlich die ganze Zeit neue Kreaturen ran. Und das nervt voll. Also dieser Gegner ist echt meh. Gar nicht lustig. So. Jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir nur noch die zwei Kisten. Alexia. Oh. Eine Falle, natürlich. Eins davon muss ja immer eine Falle sein. Aber zum Glück sind diese Gegner hier nicht ganz so krass. Ganz im Gegenteil. Die lassen sich sogar noch kontern. Warte, ich hätte jetzt eigentlich, ich hätte jetzt hart gefeiert, wenn Pharis es geschafft hätte, ähm, it's a trap, it's, 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 it's immer eine Falle. Gibt hier keine Kisten, die keine fallen sind. Dunkelmaterie. Yay. Mal wieder. Nein. Oh fuck. Ja. Genau. Das hätte nämlich ganz schnell ins Auge gehen können gerade. Angriff von hinten. Das ist nicht so schlimm. Macht nichts. Wir will nur spielen. Seht ihr? Ah. So, wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir jetzt wenigstens... Oh, geil. Es scheint das Ende des Dungeons zu sein. Welch ein Wunder. So. Ah, wie viel Lebenspunkt die Krille? Hat als Monk. Das ist echt heftig. So, dann kann ich hier nochmal ein bisschen Vitra auf sich casten. Und dann mache ich auch. So. Bin mal gespannt. Yay. Die erste Tafel erhalten. Was jetzt? Hm? Wie ist das? Auf der Tafel steht etwas geschrieben. Der König der Drachen Bahamut. Hm? Was geht da jetzt ab? Die Insel. Sie sinkt. Oh. Hallo, Dragon. Guck mal, der kleine Drachi. Warum mussten wir zu dieser Insel? Wegen der Tafel. Oh, oh. Wir kriegen Besuch. Ich werde euch am Gipfel des Nordbergs erwarten. Okay. Seht. Es ist das Luftschiff. Perfekt. Weg hier. Oh, ein Glück. Endlich raus aus dem Ding. Endlich raus aus dem Ding. Ich hatte nämlich so überhaupt keinen Bock mehr auf den Kram. Äh. Die hat einfach geheilt. Äh. Was ist jetzt los? Hört. Ein Winddrache. Ach Mensch, guck mal. Noch ein Drachi. Ganz viele Drachis. Oh. Mensch. Lenna. Lenna, bist du in Ordnung? Komm schon. Wach auf. Sag doch was. Hm. Hm. Das ist mein Körper. Lennna. Warst du. Tausend Jahre warst du eingesperrt zwischen den Welten. Vorwärts. Melusine. Kämpf für mich. Ex-Death. Alles, was gefangen war zwischen den Welten, folgte nun meinem Willen. Ah. Lenna. Bitte hör auf. Lenna. Ich hoffe, ihr genießt es, durch die Hand eurer Gefährtin ausgelöscht zu werden. Ex-Death. Und jetzt seht dabei zu, wie ich mich dieser Schildkrötenplage entledige. Es可以. Und jetzt seht ihr, wie ich mich dieser Schildkröten, schweife vor, mit der Schildkröten. Ich hoffe, ihr愿 viel. Ich hoffe, ihr seid ihr. Ich hoffe, ihr seid ihr. Und jetzt? Ich hoffe, ihr seid ihr. Ich hoffe, ihr seid ihr. Bald, schon bald, wird die Kraft des Nichts Kompletten mir gehören. Und die gesamte Welt wird mir zu Füßen liegen. Mwahahahaha. So ein Arschloch. Lennar, lass das. Ryo, geh todesmutig dazwischen. Die Dämonin wurde aus Lennars Körper vertrieben. Jetzt! Uh, sexy! Ja gut, fangen wir doch erstmal an mit Golem. Erstmal ein bisschen Protest und einen wunderschönen guten Abend, Nishida. Schön, dass du da bist. Und nicht nur das. Ah ne, Reflekt lassen wir mal lieber. Machen wir mal lieber an. Ganz normal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das ist doch schön. Wir hätten... Ach, ich bin ja schlau. Ich hätte mal Analyse nehmen sollen. Oh. Auf jeden Fall kein Eis. Das ist schon mal schlecht. Dann... Versuchen wir uns nochmal mit Ifrit. Ich weiß, Magie. Wir müssen auf jeden Fall hier noch Charis wieder reparieren. Der Weltbosser aus T7. Oh, das weiß ich gerade gar nicht. Aber das kann durchaus möglich sein. Da habe ich nicht darauf geachtet, wie viel Schaden ich gemacht habe. So. Hier weiß Magie. Das war einer Wiesel. So. Was sagst du denn? Stufe 29. Lol. Lol. Anfällig für Blitz. Aha. Ramu ist die Antwort auf diesen Gegner. Ähm. Noch nicht so ganz sicher. Welchen ich... Welchen ich am Ende alle spielen werde. Also ich werde auf jeden Fall noch Final Fantasy VI und Final Fantasy IX spielen. So doof ist natürlich, dass wir ihn mit Feuer die ganze Zeit heilen. Was? Jetzt heilen wir ihn mit beiden? Wie kacke ist das denn? Äh. Ja gut. Dann beschützen. Ne? Geht dann nicht anders. Karrierenwechsel. Aha. Dann gucken wir mal, was die Analyse sagt. Analyse sagt... Stufe 30... Achso. Ja klar. Jetzt ist es Stufe 33. Verstehe. Keine Schwachpunkte. Ja dann können wir mal mit Python gegen gehen. Und Table Flip. Null. Das hat zum Beispiel schon mal ein bisschen Schaden gemacht. Das ist gut. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich dachte, die hat keine Schwächen. Wie kann es dann sein, dass sie dafür hier Immunitäten hat? Und weiter Titan drauf. Das wird schon passen. Irgendwann. Achso. Ne. Die schwebt. Das ist der Grund. Das ist blöd. So gut, okay. Du darfst weiter beschützen, beschwören. Dann geh du mal wieder mit Ramut ran. Das hat zumindest ein bisschen Schaden gemacht, glaube ich. Ja, close. So, geht nicht anders. Einmal kurz alle heilen. Schwarzmagie. Lohnt das hier Schwarzmagie zu setzen? Eigentlich nicht, ne? So, Krilo muss das machen. Barrierenwechsel immer wieder. Aber ich wage es nicht, normale Angriffe zu machen. Barrierenwechsel immer wieder. Ich brauche das schon rein, ne? Heismagie, Analyse. Gucken wir nochmal. Das wird zumindest mal schöne Schwäche oder so zu sehen. Anfällig für Eis, ne? Dann haut doch jetzt zumindest die Eisklinge ordentlich rein. Sag ich doch. So, beschwören. Die war. Ach, komm schon. Ja, komm. Barg stirbt jetzt. Hä? Ich hab doch gerade eben eine Phönixfeder auf Barz gesetzt. Was soll das denn? Was war das denn gerade für ein Move? Oder hab ich die echt auf Pharis gesetzt? Egal, gibt eh null Erfahrungspunkte, umso besser. Lennar. Lennar. Ich? Lennar. Beste. Krilo. Das Schloss. Wir. Die Dunkelheit. Sie. Wir wissen Bescheid. Schone dich jetzt. Lennar hat sich der Gruppe angeschlossen. So wie die da liegt, hat sie auch keine andere Wahl gehabt. Ah, ich hab ne Potion genommen. Fängt ja beides mit P an. Gut, ähm, ja, dann erstmal ne Hütte nehmen. So, super. Alle sind wieder da. Welche Stufe hat ein... Natürlich, Lennar hat jetzt Stufe 41, ey. Ah. Ah, okay. Ich hab die... Erst die Feder benutzt und im letzten Moment bin ich ein Rund. Damned. Ähm. So. Dann brauchen wir hier jetzt keine Weißmagie mehr. Sondern sie kann jetzt Zeitmagie, würde ich sagen, nehmen. Achso, sie hat Zeitmagie. Dann nimmt sie Schwarzmagie. Ne, ne, sie hat Schwarzmagie gar nicht. Ja, das ist blöd. Dann nimmt sie jetzt Schwarzmagie. So, ja, sehr geil. Hier ist jetzt ein riesengroßes Loch. Hat Exter ist echt gut gemacht. Gehen wir erstmal hierhin, um unsere Sachen wieder aufzufüllen. Sieht ja gerade so aus, dass man da irgendwas mitmachen könnte. Waren die schon immer hier? Wir sind die Einzigen, die es geschafft haben, zum Schloss von Surgate zurückzukehren. Okay. Bitte, ihr müsst Exter es daran hindern, die Kräfte des Nichts zu erlangen. Vielleicht kann ich helfen. Ich bin in der Lage, aus der Siegelschrift zu lesen. Soll ich euch daraus vorlesen? Ja. Nachdem Enuo besiegt war, wurden die legendären Waffen im Schloss Kusa versiegelt. Vier Tafeln aus Stein sind die Schlüsse zu den Siegeln. Eine Ruth bei den Seelen der Vergangenheit von der Erde geschützt. Eine Ruth in einem Inselschrein von Winden geküsst. Eine Ruth tiefer als der Meeresgrund von Flammen umhüllt. Eine Ruth jenseits herabstürzender Fluten. Und Wassern abgeschirmt. Zusammen mit den Schlüsseln für die Siegel ruhen auch deren Wächter. Und diese werden erwachen, wenn die Tafeln bewegt werden. Die ultimativen Zaubersprüche weißer und schwarzer Magie. Magie von Zeit und Raum, Meteor. Der König der Meere, Leviathan. Und der König der Drachen, Bahamun. Dieses Buch wird euch Tür und Tor öffnen. Auf dem Weg zu den Siegeln. Ah, jetzt wissen wir auch wieder, warum wir da rein mussten. Wenn er steht gemeistert, dann levelt der Job nicht mehr. Das ist richtig. Jetzt hat er zu gut erkannt, André. So, Hütten. Auf jeden Fall brauchen wir Tränke. Ganz viele High Potions. Und Lissar Potions nehmen wir auch gleich. Das hast du ebenfalls gut erkannt. Flächwalze. So. Das haben wir. Dann. Eta, komm. Ganzes Ding dran hier. Wir haben das Geld. Eine Hütte noch. Das brauchen wir nicht. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es gut aus. Lennar sieht halt eben nicht so toll aus. Aber gut. Es geht. Also mit dem Boni. Das Problem ist eher die Ausrüstung. Die wir haben. Oder die wir brauchen. Mir fällt aber auch ein. Ich sollte vielleicht mal gucken, ob wir hier neue Waffen oder sowas bekommen. Für unsere Helden. Weil davon haben wir relativ wenig. Ein bisschen neue Ausrüstung wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Komm. Bevor wir uns ein Schiff setzen. Doch nochmal kurz hier rein spaziert. Wir sind das letzte Mal einfach so straight on. Äh. Straight forward gelaufen. Ich bin ein bisschen am Hadern wegen der anderen Jobs. Weil wir haben schon einige hochgelevelt. Wo oben kann ich die? Ein Goldschild. Oh. Ein Goldhelm bringt nichts. Ein Stirnwand bringt nichts. Ein Zauberhut bringt nichts. Ein Goldjada. Jada. Jada. Ja. Das Goldschild ist klar, dass es ein bisschen was bringt. Aber so viel geiler ist es dann doch nicht. So was haben wir hier. Großschwert. Großschwert haben wir ein. Ja. Ah. Okay. Wir haben uns alles hier nichts. Zauber. Können wir mal gucken, ob wir irgendwelche Zauber haben, die wir noch nicht gekauft haben. Auch nicht. Absolut useless. Weil eigentlich die coolen Jobs, bin ich der Meinung, haben wir halt eben schon. Ich bin mir halt eben noch nicht ganz so sicher. Ich weiß halt eben echt nicht, ob die wirklich viele Bonis oder überhaupt Bonis bringen. Das größte Problem, was wir halt eben haben, ist, dass wenn ich denen irgendwas anderes gebe, dass sie gegebenenfalls kein, ähm, keine Ausrüstung haben oder so. Der Blaumagier. Vielleicht fahre es den Blaumagier. Obwohl stimmt, die könnte eigentlich Zeitmagier machen. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz cool. Und dann trotzdem Beschwörung. Rufe 5. So, Lena kann dann nochmal... Lena kann aber den Mönch machen. Nee, ich habe, ähm, ich habe einige Stunden nochmal gelevelt und deswegen habe ich so viele Gill. Ah, so ein Berserker? Ach, Lena als Berserker stelle ich mir lustig vor. Oh, da kann ich da nichts tragen für. Ist ja ekelhaft. Rotmagie... Nee, ruhig nochmal Weißmagie weiterhin. Hm, Gaia Hammer. Krile? Was geben wir da Krile noch? Ach komm. Alles nur Berserker. Und dann noch waffenlosen Kampf obendrauf. So. Wir können den Riss zwischen den Dimensionen dort betreten, wo Schloss Tycoon gestanden hat. Beeilen wir uns. Nicht mehr lange und Excess besitzt die volle Kontrolle über das Nichts. Ah, Guido hat doch gesagt, wir sind nicht stark genug, um gegen ihn bestehen zu können. Wir brauchen die zwölf legendären Waffen. Wir liegen im Schloss von Kusa, dem Schloss der Siegel. Kommt, lass uns keine Zeit verlieren. Sexy Ort für den Berserker. Ey, wo fliegt ihr jetzt hin? Das habe ich so nicht gewollt. Diese Narren. Immerzu wollen sie einem Weiß machen, die Kraft des Nichts sein nicht zu kontrollieren. Ich rufe dich an, Kraft des Nichts. Zeige deine wahre Gestalt. Geh hin und zerstöre alles, was deine Bahn kreuzt. Zeige uns deine wahre Macht. Ja, also viele Ortschaften bleiben wohl nicht mehr über zum Schluss, wenn der hier fertig ist. Die ganzen Städte. Sie werden ins Nichts gezogen. Exdeath, hör auf damit. Co-co-co-co. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Wie grausam, da auch die Heimat von Barth's Flicks, dass er wirklich so weit gehen würde. Ah! Ah! Barth! Schluss jetzt! Reiß dich zusammen! Hochweier! Haben wir denn hier überhaupt noch irgendwelche Städte? Hier ist dieser... Hier ist ein Berg. Ein Berg. Das haben wir hier. Okay, es gibt zumindest noch Städte. Ich dachte schon. So, alle einfach mal von jetzt auf gleich aus gelöscht. Hier unten ist eigentlich Typhoon irgendwo mal vor langer Zeit. Toll. Ähm. Ja, eigentlich, wir können... Wir sollten jetzt, glaube ich, die Waffen holen oder sowas. Hier ist Bobo. Wo? Oh, okay. Moment. Dann war hier eigentlich irgendwo... Typhoon ursprünglich. Moment. Okay, das ist komplett aus der Karte rausgenommen. Krass. Absolut krass. Oh, ich finde mich hier auf der Map gerade überhaupt nicht mehr richtig zurecht. Und natürlich auch, ähm, Chibu-Namen Sascha. Äh, das wollte ich so nicht. Ah. So. Schauen wir nochmal. Okay, da kommen wir nicht hin. Wo wir da eigentlich einfach nur hinschwimmen könnten. Was ist mit dir los, Bobo? Komm, nehmen wir dich doch einfach mal mit. Ich wander mit meinem Chocobo durch die ganze Welt, das macht Spaß. Jeder mag Chocobos. Okay, das ist irgendwie nicht so der richtige Weg hier. Ich hatte eigentlich gehofft, das war... Was ist denn da? Im Ost... Äh, im Westen. Ohre. Hm. Na gut. Äh, ich würde sagen, einmal hier abspeichern. Ich reite los auf meinem Chocobo. Einmal hier kurz abspeichern. Wir sind gleich wieder zu Final Fantasy 5. Ja. 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 Ja.